Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal beim Schanzen und wir spielen weiter Elden Ring, haben uns hier durchgeschnetzelt und stehen vor diesem Fahrstuhl, den wir jetzt einfach mal bewegen werden. Zack, gucken was passiert. Es gibt auch noch ein Portal da unten, das hätte man natürlich auch nehmen können, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. Gut, es sieht nicht aus, wie gleich so ein Gegnerschar kommt. Das ist schon mal gut. Gibt es nur eine große Tür? Das ist schlecht. Schöner wäre es. Keine Tür voraus. Okay, also es wird auf jeden Fall eine Falle sein hier, klar. Elden Ring voraus. Öffnen wir mal die Kacktür. Ich bräuchte eigentlich mal so einen Lichtblick für mich, dass ich irgendwo speichern kann. Komm, wir nehmen mal unser Hündchen mit. Okay, es passiert was. Passieren. Ach du Scheiße. Ach, das ist echt gruselig irgendwie, oder? Ach man, ich möchte hier noch nicht sterben. Das ist blöd. Denn ich habe vorher nicht gespeichert irgendwo. Das ist einiges okay, denn wir haben die Kacktürme. Das war schon. Das war schon. Döhnisch. 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 Ich weiß nicht, ob ich die ganzen Leute erstmal killen muss hier rundherum. Königin des Vollmonds. Aber ich kann es mir gut vorstellen, irgendwie. Obwohl. Oh, was war das? Ich habe noch keine Idee gefunden, wie wir die killen sollen. Oh! Oh! Da kommt einfach unendlich von denen. Kann es hier auch sein. Wölfe sind ja eigentlich noch da, aber vom Super-Gegner haben die noch nicht so viel weggenommen hier. Ja, da kommt immer wieder mehr. Oh! Oh! Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was ich machen soll hier. Kommt die irgendwann runter, oder muss ich hier rundherum erstmal die Leute killen? Bevor die runterkommen. Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich muss mich darauf achten, dass die runtergefallen ist irgendwann. Das hätte ich mal machen sollen. Oh, sweet things. Time to be more than you. Boah! Okay. Wow! Die ist ja echt fies. Jo! Die probieren wir gleich nochmal. Jetzt bin ich ein kleiner Weg von hier. Ich habe, glaube ich, irgendwo auch einen, wie nennt sich das, irgendwo muss ich auch was übersehen haben. So einen Schrein oder sowas. Wir müssen gleich nochmal gucken. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier gar keinen habe in der Nähe. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Schauen wir mal. Ach guck mal, es kommen jetzt gar keine Kugel mehr. Weil wir die da oben besiegt haben. Okay. Ach, dann können wir auch direkt hinlaufen zu dem. Das ist natürlich gut. Ist ja dann Gott sei Dank nicht so ein weiter Weg. Hm. Also schwierig, glaube ich, ist der Boss gar nicht. Hm. Ich habe nicht rausgefunden. Ich glaube, ich muss die rundherum erstmal platt machen. Bis... Also, so habe ich es gesehen. Bis, ähm... Ja. Ja, platt machen, bis die runterfällt. Und dann kann ich sie kaputt machen. Bloß ich habe nicht darauf geachtet, dass sie runtergefallen ist. Das habe ich erst zu spät gesehen, wie ihr auch selber bemerkt habt. So, wir probieren jetzt nochmal. Ich nehme trotzdem meine Hunde wieder mit. Ja, irgendwie doch ganz cool. So, dann lass mal hier... Da kommen die Bücher schon wieder angeflogen. Okay. Ah! Da! Oh! Die, ja! Die machen... Die machen diese Magie, dass ich da irgendwie... Ah! Guck mal, die machen das. Okay. Okay. Okay, das war dumm. Okay. Die, die... Die, die so singen... Die muss ich platt machen, also die... Die schießen mit der Magie... Ah, hier, sie! Die schießen mich mit der Magie hier auch. Die treffen mich, glaube ich, mit den Büchern auch. Da müssen wir gucken, wo die sind hier. Merkig. Da drüben sind meine Lebe. Die holen wir uns erstmal. Okay, wir müssen genug von denen platt machen. Einfach, damit die wieder runterfällt. Aber ich sehe jetzt gar nicht. Da ist eine Leuchte da. Die sind das, glaube ich. Alter. Okay. Da ist wieder so ein Tante. Aha. Okay, was passiert jetzt? Das kann es ja nicht gewesen sein. Das ist aber schon die zweite Phase, die jetzt kommt oder so. Weil dafür wäre es nicht zu leicht gewesen. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, dass was passiert. Oh, genau. In diesem blöden... Ah, hier ist bestimmt was drin. Ich habe keine Angst. Ich werde dich... ... Patience. Ich werde dich nicht mehr geboren. Immer und immer. Oh, oh. Habe ich mir doch gedacht, da passiert doch noch was. Das wäre jetzt wirklich zu easy gewesen, oder? Scheiße. Hm. Oh, Rani. Oh, Rani. Bei der letzten Königin von Karia. Rinala von der vollen Mö. Und die Königin der Nacht, die sie verabschiedet. Hätte ich mal meine Hunde für da aufbewahren sollen. Da sind sie ja noch. Und die Königin der Nacht, die sie verabschiedet. Oh. Oh. Alter. Shit. Da haut sie noch mal rein, wa? Zum Schluss. Da haut sie noch mal rein. so mal kurz hier geswitcht einen cut gemacht weil ihr müsst ja nicht sehen ich da wieder hinlauft das ist ja quatsch also wir gehen jetzt noch mal rein ich hole wieder die hunde jetzt müssen wir erstmal das hier machen okay das war jetzt gott sei nicht so schwer oh Nein, ich hab die Falschen gerufen, die Skelett-Milics. Die wollte ich nicht rufen. Shit. Die Falschen gerufen, ey. Nein, ich hab' den Falschen gerufen. Zeit. So, diese komischen Leute nicht mehr. Ich glaub' aber keine mehr von diesen Singenden. Mist. Da ist noch eine. Oh, jetzt kommt die ganze Sache noch mal hier. Komm, wir springen, ne? Komm, wir springen, ne? Das war jetzt nicht so schwer. Und so ging es eigentlich. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt. Da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Yes! Gut. Große Rune der Ungeborenen. Sehr gut. Perfekt! Also, naja, ist perfekt, war es nicht. Aber, ähm, man tastet sich ran, ne? Man tastet sich ran. Gehen wir mal mit dir. Ja. Oh, was kann man da machen? Wiedergeburt? Anpassung? Ach so, jetzt könnte ich hier irgendwas ändern. Ein Videogeburt? Ne, will ich nicht. Da kann ich wahrscheinlich alles nochmal neu machen, ne? Will ich gar nicht. So. Machen wir einen Stufenaufstieg hier, einen leichten. Den auf jeden Fall einmal. Geschickt machen wir auch ein bisschen höher. Ein bisschen mehr Leben vielleicht auch mal. Sehr gut. Gibt's einen anderen Ausgang? Scheint nicht, ne? Weil man hätte, man könnte, man will. Aber hier, was ist das denn? Ist das irgendwie so ein... Priestnachricht und dann Schatztruhe so rum. Und dann Preise her. Weil hier war ja auch eine Truhe drin, ne? Wo war die denn? Stand doch hier irgendwo an der Seite, ne? Da. Verschlossen. What? Hätte ich nur einen Schlüssel. Hm. Okay. Gut. Ja, aber das soll's gewesen sein. Das war ja schon wieder ein Boss. Ähm, von daher... Ähm... Würde ich sagen, stoppen wir hier. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Jos, Entschuldigung, bei der Bes囉. Once mal noch Men... Untertitelung. BR 2018